Nummer 7 im Pokédex ist Shigi und jeder der jetzt vom Clorox Video zu mir kommt, wow, tut mir leid, dass ich so rumgeschrien habe, aber das muss einfach mal raus. Hier geht es ein bisschen entspannt dazu, das längste Aufreger-Pokémon dauert noch. Also, Gen 1 ist natürlich Shigi-Time. Auch die erste Arena ist gegen ihn nicht gewachsen, die zweite Arena hat natürlich etwas mehr, weil natürlich Wasser gegen Wasser nicht so effektiv ist. Aber die Schildkröte kann sich da gut gegen wehren und sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen, finde ich. Shigi einfach ein süßes Pokémon und ja, jetzt kommt ihr links zu Clorox, da würde ich euch empfehlen, macht die Lautspielerke ein bisschen leiser und rechts zu Shilok. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.